Halleluja! Hallo, ich bin die Julia und ich lebe schon seit vielen Jahren vegan. Halleluja! Hallo, ich bin die Julia und ich lebe schon seit vielen Jahren vegan. Und dann habe ich das große Bedürfnis, auch mal andere Menschen in mein Leben schauen zu lassen, einfach mal Erfahrungen auszutauschen. Und die Kirche hat nun mir die Möglichkeit gegeben, den Raum zu nutzen. Und so würde ich mich einfach mal freuen, wenn vielleicht Leute, die Interesse haben am Veganismus oder einfach mal sich informieren möchten, was ist das überhaupt, was für Vorteile oder Nachteile hat das, dass man sich einfach mal zusammensetzt und einfach mal kennenlernt. Mich würde sehr interessieren, ob es überhaupt Leute in Ehrenbach-Bindsland gibt, die veganen Leben. Und es wäre schön, wenn man sich einfach mal trifft und vielleicht wird dann da auch mal mehr draus, ob wir mal zusammen was kochen oder was packen oder mal einen Ausdruck machen.